Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Grim Tales Das Vermächtnis So wir sind in der letzten Folge hier durch diese Tür gekommen, endlich So ich hab seitdem ne neue Aufnahmesession und muss mich mal eben mal wieder umgucken Hier fehlt noch das letzte Bild Und in dieser Krippe hier lag doch irgendwie so ein Wolfsjummel Okay, können wir hier aber irgendwas machen in der Krippe, nö, okay Haus, können wir da was machen? Nein Dazu brauchen wir immer noch diesen Korkenzieher Oh, da ist mir doch glatt der Aus den Ohren gefallen, der eine Äh, äh, wie heißt es? Hm, egal So Kleinen Moment mal eben Immer noch einen kleinen Moment bitte So Jetzt Geht's weiter Mann, das war dachten gerade Wie, achso, nee, da waren wir jetzt gerade schon Ich bin ein bisschen verschlupft Das ist ein bisschen scheiße, so aufzunehmen, aber Naja So, da fehlt uns ja immer noch ein Porträt Da war ja das Wimmelbild Da ist das Bett Aber dazu brauchen wir auch noch so ein Symbol Hier können wir dann soweit ja auch anscheinend nichts mehr machen Ich geh mal ganz kurz hier rauf Halle Aufgabe Da ist aber auch noch eine Aufgabe drin, aber welche? Ach das, genau, da fehlt ja noch die Eine Statue Wozu ich dann nicht verstehe, warum wir die andere mitnehmen konnten Wenn wir da beide hinstellen müssen Haben wir mittlerweile was langes? Nein Um da aus dem Teil was rauszufischen Wir haben eigentlich Ich weiß nicht, was wir machen sollen Um ehrlich zu sein, weil ich irgendwie nicht so wirklich was hab, was Hier Uns hier wirklich weiterhilft Einen Moment mal hin Untersuche mithilfe der Leiter den Baum des Eichhörnchens über dem Straßenschild Nicht weit von dem Auto Oh Gott Ich würde sagen Ja klar, und jetzt auf einmal Das lächelnde Gesicht ist aus dem Stein festgefroren Lösungsmittel Schön, dass es sich schon löst, bevor ich überhaupt gesprüht habe Okay, das war ja jetzt eigentlich zu lösen Aber ich bin jetzt deswegen nicht wieder komplett zurückgerannt Sorry immer für die Kleinen Das liegt dann bei der Nase, wenn ich atme Ups Das war der Popschutz, wo ich gegen gehauen bin So, äh, zur Galerie dann nochmal Hier so durch den Gang Auch noch hier mal durch Und hier rein Ah ne, die war ja jetzt falsch, ne Hier war richtig Bitte lass es jetzt nicht wieder so Unnötig, längend dauern Platziere die Platziere die Emotionen passend zu den Szenen in den Bildern Okay Traurig Weiß ihn Nicht Passen zu den Emotionen Bildern Gebrauchen Ah Nein Das hier Okay Da brauchen wir ein glückliches Und hier brauchen wir ein trauriges Hier brauchen wir ein Erschrockenes Und hier vielleicht ein Geh, so geht das noch nicht So auch nicht Geben wir hier mal ein weiter Aha So, machen wir es mit dem da Nee Das hier müsste eher ein Gut gelauntes Gesicht sein Nee Ein weiter Nö Noch ein weiter Noch ein weiter Noch ein weiter Aha So Und wir bekommen ein Schlüssel Was ist das denn? Lagerschlüssel Noch was? Nein Ich habe jetzt keine Zeit dir alles zu erklären Hilf mir bitte Ein Die Tragödie wieder gut zu machen Die sich in diesem Haus ereignet hat Das war's Okay So warte Jetzt hatten wir noch mal Den Lagerschlüssel hatten wir jetzt Ähm Wo Wo mussten wir jetzt Noch mal rein? Hier Los mal auf Dann gehen wir uns ins Lager Und im Lager ist ein Wimmelbild Kaffeemühle, Foto, Posaune Da muss die Posaune Kaffee Kaffee Mühle und Foto Kaffee Mühle und Foto Ich sehe beides nur nicht Noch nicht, das kann sich ändern Was ist das hier? Gar nichts, okay Äh, Flugzeug Ah, das haben wir schon gesehen Das ist da Maus Was soll ich denn hier eine Maus finden? Russische Puppe Die hier vielleicht? Ja Kopfhörer Birne Schlitten Kopfhörer Birne Schlitten Kopfhörer Birne Und Schlitten Das ist die Birne Ist das hier? Nicht die Kopf Okay Echt nicht? Nö, okay Kopfhörer Schlitten Kopfhörer Schlitten Kopfhörer Und ein Schlitten Ich weiß es noch nicht, wo der Kopfhörer und der Schlitten ist Naja Fernchen, das wird das hier sein Ananas, habe ich auch schon gesehen Die liegt hier Und eine Krawatte Warum ist die Krawatte? Kaffeemühle Kaffeemühle Foto Kopfhörer So ernsthaft jetzt mal Ich glaube ich spreche ein bisschen zu leise Kann das sein? Ja, ich spreche jetzt einfach nochmal ein bisschen lauter So, keine Kaffeemühle Das hier ist keine Kaffeemühle Aber das sieht so ein bisschen so aus Ist es aber dann doch nicht Aber sonst sehe ich hier auch nichts, was irgendwie einer Kaffeemühle ähnelt Ein Foto Sag, komm mal ein Foto Da ist ein Foto Da war's Kopfhörer und Schlitten Kopfhörer und ein Schlitten Kopfhörer und ein Schlitten Kopfhörer und ein Schlitten Das fehlt noch Da sind die Kopfhörer Das ist der Schlitten Jetzt fehlt noch die Kaffeemühle Nichts davon, nein Das hier vielleicht Nein Das hier oben Nein Da sollen so eine beklagte Kaffeemühle sein Also mal im Ernst Ne Was soll hier die Kaffeemühle sein? So Ich finde die Kaffeemühle hier nicht Da ist die Kaffeemühle Gut gemacht Vielleicht ist dies noch nützlich Ja, jetzt haben wir das Bild Damit können wir mal eben ganz schnell nach oben Wieder in das Schlafzimmer Von den beiden Rennen Nach hier oben Komm Und dort das Bild hinhängen Info Ordne die Bilder so an Wie es auf der Zeichnung Baumes im Kinderzimmer Zusehen war Oh mein Gott Okay, dann gehen wir noch ins Kinderzimmer Und gucken mal Von der Mauer Auf der Bank Auf der Bank Ein Baum Auf der Schaukel Okay, machen wir erstmal Mauer, Bank und Bankbaum Mauer, Bank Und Bankbaum So, ich brauche es mir jetzt hier Vor der Mauer Auf der Bank Nee, aber es soll einer auf der Bank sitzen Ne Auf der Bank Jetzt wird noch irgendwie so ein Auf der Von dem Baum oder so Ich würde sagen Das hier Bin ich mir aber ehrlich gesagt Nicht so sicher Und dann laufe ich nochmal schnell zurück Zack Zack Schaukel Antrag Arbeit Bibi 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 Dann am Ende Warte, wie wird das jetzt? Schaukel Schaukel Antrag Arbeit Bibi Bibi Perfekt So Was ist das hier? Ein Foto Ja Das hätte ich auch selber erraten können Nur wofür? So Wollen wir jetzt noch Aufträge? Hier haben wir überall noch Aufträge Aber ich muss erstmal auch noch was schweres Aufs Fensterbrett legen Äh Äh Okay 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 Äh Wir haben jetzt einfach nur ein Foto dazu bekommen Daraus werde ich persönlich noch nicht schlau Um endlich zu sagen Großes Fenster Ja, da fehlt uns eigentlich nur Ruhe Gewalt Aber der ist ja zu bequem Den dazu benutzt Boah, Alter, das geht geradezu gar nicht mit meiner Nase Ah, ja, 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 ja Aber ich will den Part jetzt eigentlich schon wieder so früh beenden, nur damit ich Na, ja, das hat ja irgendwo keinen Sinn Also wir haben jetzt ein Porträt gekriegt, ne? Da können wir nicht mehr rein Kleinen Moment mal eben Wirklich gerade mal Kleinen Moment bitte So Jetzt überlegen wir mal ganz kurz weiter Wo könnte Ich muss mal eben kurz nochmal so Wo könnte das Foto reingehören? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr Wo haben wir denn erstmal noch Aufgaben?